Der SC Freiburg hat tatsächlich die Sensation geschafft und auswärts beim FC Bayern München gewonnen und die Bayern somit aus dem DFB-Pokal rausgeschmissen im Pokal-Viertelfinale. Somit steht der Klub aus dem Preisgau das zweite Mal in Folge mindestens im Halbfinale, während die Bayern eben jenes zum dritten Mal in Folge nicht erreichen konnten. Nun gibt es einfach mal so eine kleine Taktikanalyse von mir zum Spiel. Einmal auf die Taktik von Streich eingehen und natürlich auch von Neutrainer Tuchel, für den es ja erstes zweite Spiel im Amt war, nachdem man Julian Nagelsmann entlassen hatte. Schon vor dem Spiel hatte Freiburg-Trainer Streich im Interview angekündigt, dass sie eben Kimmich, also den Sechser der Bayern mit den zwei Stürmern zustellen wollen, weil dieser halt eben die Schaltzentrale der Bayern ist und halt eben die meisten Angriffe einleitet als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive. Die Bayern haben das Spiel zunächst in einem 4-1 aufgebaut, also das bedeutet mit der Viererkette hinten und einem Sechser davor und ich habe euch jetzt hier das Bild eingeblendet vom Dortmund-Spiel, aber die Namen halt eben so bestriftet, wie es dann im Freiburg-Spiel war, weil hier auf dem Bild die Struktur einfach echt gut zu erkennen ist. Einzige Änderung war ja Cancelo, der für Davis spielt auf der Linksverteidigung und Sané und Coman haben tatsächlich die Flügel getauscht im Vergleich zum Dortmund-Spiel. Also der Aufbau eben mit der Viererkette, Kimmich als Sechser davor, dann eben Sané unerwartet links, Coman rechts, die dann eben jeweils die Breite besetzen des Spielfelds und Goretzka, der dann eben von der Doppel-6-1 nach vorne schiebt in den linken Halbraum, während Müller den rechten Halbraum besetzt und vorne drin dann eben Shubumo-Teng als Zielspieler. Dieser 4-1-Aufbau war dann aber gegen den disziplinierten 4-4-2-Mitblock eher wenig von Vorteil und so hat dann eben Tuchel nach, ich weiß nicht genau, so nach 10-15 Minuten umgestellt und zwar auf einen sehr interessanten 3-2-Aufbau. Das heißt eben hinten haben wir die drei Innenverteidiger mit Pavard, der einrückt, Upamecano und Delicht und dann halt eben Cancelo, der als Linksverteidiger zum inversen Außenverteidiger wird und dann halt eben im Ballbesitz auf die 6 neben Kimmich rückt, also da dann eben ein klares 2er-Mittelfeld vor der 3er-Kette, während die Struktur vorne mit der 5er-Reihe gleich bleibt. Auch hier sehen wir es nochmal deutlich, 3-2-5, dann halt eben die Formation im Ballbesitz für das restliche Spiel. Durch diese Umstellung wurde das Spiel halt auf jeden Fall zentrumslastiger, die Bayern konnten sich eher durchs Zentrum durchspielen, weil man dann halt eben zwei Optionen hatte mit Cancelo und Kimmich. So kam dann auch Kimmich besser ins Spiel, der zunächst eigentlich komplett rausgenommen war und Bayern hat dann eben auch mehr Chancen kreiert, aber es hat halt eben auch eine Gefahr mitgebracht und dem SC Freiburg mehr Raum auf dem Flügel gegeben für mögliche Konter, was jetzt aber selten der Fall war. Was aber auch daran liegt, dass der SC Freiburg jetzt keine wirkliche Kontermannschaft ist und nicht wirklich viele schnelle Spieler im Kader hat. Letztendlich konnten die Bayern dann eben durch diese Umstellung den Druck erhöhen und so fällt dann eben auch das 1-0, auch wenn das natürlich ein bisschen strittig ist mit dem Aufstützen, aber darauf will ich jetzt gar nicht näher eingehen. Ansonsten muss man sagen, die Standards von Bayern, also die ersten zumindest, waren wirklich alle gefährlich, da gab es viele Chancen draus. Zum Ende hin waren die dann eher ungefährlicher, vielleicht auch, weil sich Freiburg dann besser drauf einstellen konnte, aber da muss man auf jeden Fall Tuchel mal loben, also die Standards kommen direkt mal viel gefährlicher. Trotz der Führung ist es dann aber eben so, dass Freiburg sich jetzt nicht unterkriegen lässt. Man ist jetzt nicht extrem hoch angelaufen, aber man war halt eben in einem Midblock, also in so einer mittleren Position, wo man jetzt nicht extrem tief steht und halt eben dennoch aktiv anläuft vorne. Freiburg lässt sich also eben nicht unterkriegen und schafft es eben auch selbst offensiven Ballbesitz zu schaffen. Wir sehen dann beispielsweise hier eine Chance, das war nicht das Tor, also man war nicht nur beim Tor vorne, wie es der ein oder andere sagt. Und wir sehen hier eine extrem gute Strafraumbesetzung, extrem viele Spieler vorne dabei. Wir sehen hier alle Spieler, außer die beiden Innenverteidiger, direkt am gegnerischen Strafraum und es ist auf jeden Fall eine extrem hohe Positionierung. War dann aber eben meistens so, wenn man hohen Ballbesitz hatte. Also das war zwar riskant, aber auf jeden Fall mutig und auch lobenswert. Freiburg schafft es also auch teilweise hohen Ballbesitz zu schaffen und auch eben auf die zweiten Bälle zu gehen, dadurch, dass man so viele Spieler vorne hat und sie ziehen sich halt eben nicht direkt wieder zurück, wenn man vorne den Ball verliert, sondern holen sich den zweiten Ball, wie halt eben beim 1 zu 1, das dann eben fällt. Ein Sonntagsschuss von Nikolas Höfler. Wir sehen jetzt auch hier nochmal den 3-2-Aufbau der Bayern, aber ich werde jetzt nochmal näher darauf eingehen, wie es Freiburg defensiv eben angegangen ist gegen diesen Aufbau der Bayern. Und zwar war es in der ersten Halbzeit halt eben so, dass Freiburg wie angekündigt eben Kimmich mit dem Stürmer-Duo in Manndeckung genommen hat, aber auch Chupo Moteng wurde mit dem Innenverteidiger-Duo in Manndeckung genommen und halt eben gedoppelt. Und der Rest wurde eigentlich mit Mannbezug 1 gegen 1 über das ganze Feld verteidigt, also Grifo beim Rechtsverteidiger, Doran dann eben beim Linksverteidiger. Das hat sich dann natürlich ein bisschen verschoben mit der Änderung des Aufbaus von Bayern. Wir sehen es eben Doran zentraler, Grifo weiter außen, aber das war dann trotzdem noch möglich. Und des Weiteren, wie wir es hier jetzt sehen, waren dann jeweils die Flügel gegen die Außenverteidiger von Freiburg und dann halt eben die zwei Sechser, die die Aufgabe hatten, die zwei, ich sag jetzt mal Achter bzw. Zehner von Bayern zu nehmen. Und wir sehen es hier, was Bayern gut macht. Müller und Goretzka, die jeweils ziemlich breit stehen und dadurch dann halt eben einen enormen Raum kreieren für Chupo Moteng, der sich dann zentral oft mal fallen lassen hat für einen steil Glatsch, um dann halt eben eine Überzahl zu schaffen. Dementsprechend waren dann eben die zwei Bayern-Innenverteidiger mit Upamecano und De Ligt eigentlich meistens frei und es zeigt auf jeden Fall den Lerneffekt von Streich, denn im Hinspiel in der Bundesliga, auch in München, da hatte man es versucht, mit einem kompletten Mannbezug über das komplette Feld zu spielen. Da hat Streich auf jeden Fall gelernt und gut umgestellt jetzt in eher eine passivere Pressing-Variante, die dann eben dem Freiburger Spiel aber viel mehr Stabilität verleiht hat. In der 64. Minute ist es dann soweit und Bayern-Trainer Tuchel nimmt seinen Zielspieler mit Chupo Moteng raus und das Ganze ist so eine relativ klassische Umstellung gegen den extremen Mannbezug und so hat man dann eben vier schwimmende Angreifer im Zentrum gegen den Mannbezug, was halt eben quasi nicht zu verteidigen ist, weil diese vier Offensivspieler dauerhaft rotieren und dann halt eben Lücken aufreißen, indem sie ihre Gegenspieler mitziehen und genau deshalb kann Freiburg halt eben den Mannbezug nicht aufrechterhalten und muss sich fast zwangsläufig ganz tief hinten reinfallen lassen, wie wir es hier jetzt auch sehen, also so tief haben sie das ganze Spiel übereinig nicht verteidigt, aber in der Phase dann halt eben schon, weil auch der Druck der Bayern größer wurde natürlich und so konnte man dann halt eben die Zwischenräume extrem eng halten und dann ist halt eben erstmal keine allzu große Gefahr entstanden, da halt eben der Zielspieler mit Chupo Moteng ausgewechselt wurde und Flanken somit relativ ungefährlich waren, da man jetzt keine wirkliche Kopfballgefahr vorne drin hatte. Die einzige Gefahr, die dann eben teilweise von dem Bayern ausging, beziehungsweise ausgehen konnte, waren dann eben Dribblings. Sané hat da beispielsweise ein gutes, aber dann wird halt eben auch sein Schuss geblockt, weil da so viele Freiburg-Spieler tief stehen. Wie gesagt, ist Freiburg eben keine Kontermannschaft und das war auch der Grund, dass man das Spiel so relativ offensiv angegangen ist, also dass man eben nicht ganz tief stand zu Beginn. Dass man dann eben so tief reingefallen ist, war dann eben schlecht für das Freiburger Spiel, weil sie eben keine wirklichen Konter-Spieler haben, aber man konnte echt zeitweise wieder für Entlastung sorgen und zwar nicht über Konter, weil das wäre auch kontraproduktiv gewesen, da wäre man dann trotzdem noch weiter hinten drin. Man hat es echt geschafft, teilweise über kleine Ballbesitzphasen nach vorne sich zu spielen, auch wenn diese nur kurz waren und da waren vor allem Doran und Grifo über die Flügel entscheidend und die konnten dann da auch teilweise echt einen guten Freistoß ziehen und das hat dann den Freiburgern auch wieder extrem viel Zeit verschafft und eben Ruhe erstmal wieder hinten rauszurücken. Der SC hat dann eben nicht auf die Verlängerung gehofft, also sie standen nicht weiter hinten drin, um dann halt eben dem Schlusspfiff entgegen zu fiebern. Sie haben dann halt eben nochmal nach vorne gespielt und dann halt eben den Elfmeter rausgeholt. Klar ist auch das wieder ein bisschen glücklich, beziehungsweise von Bayern auch dumm, beziehungsweise von Musiala, aber das Ganze passiert, da will ich ihm jetzt keinen großen Vorwurf machen. Aber das war halt eben der perfekte Zeitpunkt. Sie haben es nochmal versucht, gegen Ende des Spiels, bevor der Schlusspfiff war, weil ich kann mir vorstellen, dass sie die Verlängerung nicht mehr überstanden hätten, weil Bayern hat sie echt gut dominiert zum Ende des Spiels hin, auch wenn sie nicht mehr ganz so viele Chancen kreiert haben und dementsprechend glaube ich, dass das der perfekte Zeitpunkt war und dass Freiburg hier nicht mehr in eine Verlängerung musste. Abschließend kann man sagen, dass der FC Bayern gegen den tieferen Block von Freiburg sogar eher ideenloser war. Dennoch fand ich, dass zu jeder Spielphase die Struktur auf jeden Fall zu erkennen war und sie haben sich ja auch einige Chancen kreiert. Deswegen würde ich die Niederlage jetzt nicht allzu negativ ansehen. Ich meine, es war das zweite Spiel von Tuchel, die sind noch nicht wirklich eingespielt mit der Idee des Trainers und auch wenn wir jetzt auf das Spiel gegen City blicken, wo jetzt wieder einige vorschnell sagen, ja Bayern fliegt safe raus, ganz ehrlich, das ist ein komplett anderes Spiel gegen City. Die haben einen komplett anderen Spielstil und ich denke, das wird Bayern eher liegen. Das war ja die komplette Saison schon so, auch unter Nagelsmann. Die haben da eine herausragende Champions-League-Saison gespielt, sei es gegen Barca, Inter oder gegen PSG und dementsprechend sehe ich da jetzt, ja die Chancen für Bayern nicht weniger gut an, weil sie jetzt gegen Freiburg verloren haben. Schauen wir auf Freiburg, dann ist es natürlich ein bisschen glücklich, der Sieg, aber auch eine defensiv herausragende und vor allem disziplinierte Leistung. Da muss man vor allem, finde ich, den jungen Sildilia herausheben, der es extrem gut gemacht hat in den Zweikämpfen. Eckestein, auch ein paar wichtige Grätschen ausgepackt und auch das Innenverteidiger-Duo mit Gulde, von dem man es ja nicht unbedingt erwarten konnte, der eben Lienhardt ersetzen muss, was extrem schwer ist und Ginter war natürlich wie immer stark. Das ist einfach krass, einen nahezu Weltklasse-Innenverteidiger in so einer Mannschaft drin zu haben, hilft halt eben enorm, wenn man auch so viel verteidigen muss in einem Spiel. Mich als Freiburg-Fan hat der Sieg auf jeden Fall sehr gefreut und ich denke, man geht jetzt auch in das Bundesligaspiel jetzt am Samstag gegen Bayern mit einem extrem guten Gefühl, ist da psychologisch gesehen in einer extrem guten Lage, während Bayern halt eben schon ein bisschen unter Druck steht, um dann halt eben das Ganze wieder gut zu machen gegen den gleichen Gegner. Was sagt ihr aber zu dem ganzen Spiel? Teilt ihr meine Ansichten? Was ist euch sonst noch aufgefallen? Lasst es mich auf jeden Fall sehr gerne in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!